Wir sind hier in das Schwarze Imperium, das ist so gesehen, wo noch die alten Götter geherrscht haben. Ja, halt mal die Klappe da. Hier zum Beispiel sehen wir Terrasane. Terrasane müsste, glaube ich, im Tiefenhain die eine sein, wo wir dann auch Quests in Kataklyssen machen werden. Ähm, dann gibt es hier halt noch Neruba und dann Elementare. Ja, wir haben gestern Chromie und Aeternus endlich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, haben sie gesichert und können jetzt hier die Quest abgeben. Wie schön, euch zu sehen. Zurück in die Zukunft. Wo ist der DeLorean? Äh, verteidigt eure Verbündeten gegen das Schwarze Imperium. Bis das Temporalportal errichtet wurde. Ja, 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 wer es glaubt. Von wo kommen jetzt welche, weil hier war vorher zu. Ich hab doch gar nichts gemacht. Denkt an eure Ausbildung. Mit vielen Augen werden sie wiedersehen. Ja, traurig ist euer Stich. Ja, 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 ja. So, eine Angriffswelle wird wahrscheinlich jetzt noch kommen. Da geht doch noch irgendwas schief jetzt, oder? Oder auch nicht. Haben wir jetzt den Zeitstein wieder hergestellt. Oh, unser Schwurstein. Wieder intakt. Na, endlich. Ich will nie wieder so weit zurück in die Vergangenheit. Ich bin froh, dass mir jemand geholfen hat. Ihr habt Cronormo geholfen. Dafür verschone ich euch vor meinem Zorn. Aber geht. Schnell. Wir werden euch zu eurem Schicksal leiten. Ihr könnt nicht abstreiten, was kommt. Erwartet keine Gnade, wenn wir uns wiedersehen. Okay. Einmal mit Kronen sprechen. Eternus hat fast gewonnen. Ich dachte, ich hätte mehr Zeit. Ich dachte, ich sei stark genug, sie zu besiegen. Ich, ich... Ah, Cronormo. Ihr habt nichts falsch gemacht. Ihr habt beherzt und gut gekämpft. Aber Eternus hat recht. Mein Schicksal ist unabwendbar. Wie meint ihr das? Jeden Tag fließt die Zukunft in die Gegenwart, die zur Vergangenheit verschwimmt. Bald verschmilzt alles zu einer Einheit. Und dann werde ich mein dunkelstes Selbst. Murosont. Und wenn dieser Tag kommt, bitte ich euch, zu tun, was nötig ist. Ja, Zeitloser. Ich werde genau das tun, was nötig ist. Ich finde einen anderen Weg. Es gibt keinen. Die Zeit umfasst alle Möglichkeiten. Das weiß ich von euch. Ich werde jede Zeitlinie durchsuchen. Jeden Moment. Bis ich die Lösung habe, euch zu retten. Kronormo. Seid sicher, dass zu jeder Zeit mein Stolz auf euch nicht größer sein könnte. Werden wir jetzt auch noch Nod Stormo mit Drangleflight verlieren. Weil, ich sag mal, wir haben mit Red of the Licht King haben wir Maligos verloren als Aspekt des blauen Drachenschwarms. Wir haben mit war es Legion gewesen, haben wir Isera verloren als Aspekt des grünen Drachenschwarms. Sollen wir jetzt auch noch Nod Stormo als Aspekt des Bronzen- und Drachenschwarms verlieren. Oh, Blaser, was macht ihr nur? Wir bekommen ein neues Reit hier. Wir bekommen ein schönes Schmuckstück. Und wir bekommen Ruf. Es geht voran. Sprecht mit Alex Draser beim Sitz der Aspekte in Waldracken. Abenteuermodus. Schaltet den Abenteuermodus auf den Dracheninseln frei. Und ein schöner Ring kommt noch dazu. Der eine Pfad muss gewahrt bleiben. Ich will jetzt erst mal kurz hier. Der Hals. Der ist doch schön. Das bringt uns nichts. Account gebunden. Okay. Wir haben hier einen Drachen bekommen. Moment. Das... Erfolge. Quest-String-Flight. Wir müssten... Jetzt... Moment. Wo sind wir denn? Er... Nein. Nein. Das hier. Die Schwarzschuppen. Froststeingewölbe. Auf den verbotenen Inseln. Muss ich da mal gucken. Optionale Geschichtstränge. Optionale Geschichtstränge. Äh... Ja, das ist jetzt das Letzte. Also normalerweise müssten wir dann mit allen ersten Geschichtsträngen hier fertig sein. Gut, dann fliegen wir jetzt einmal zurück nach Waltracken. da ist Waltracken. Ich will mal kurz gucken. Abenteuermodus. Abenteuermodus. was... 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 Okay. Ich halte den Klippen bald wilddrachenfrei. Wir sind nicht mein Katzengestalt, aber hier ist immer noch die Katzenleiste. Auch gut. so... So... Ähm... Was ich noch gucken wollte. Gibt es hier beim Flugpunkt einen Fluglehrer? Flugmeister? Nein, gibt es nicht. Das bedeutet... Wie sieht der denn aus? Der hat auch was. Ähm... Das bedeutet... Wir können... hier in Dragonflight leider keine normale Fluggestalt annehmen. Was ich äußerst blöde finde. so... Was äh... Sprech mit Alex Traser. Alles Wursteine wurden erneuert. Es geht voran. Das Gleichgewicht ist... Abenteuer der Extra-Klasse. Äh... Guck mal gleich. Weltquests freigeschaltet. Die Dracheninseln brauchen eure Hilfe. Schaut auf eure Karte für eine Reihe neuer Aktivitäten. Abenteuermodus freigeschaltet. Eure künftigen Charaktere können die Zonen der Dracheninseln in beliebiger Reihenfolge angehen und haben unmittelbar Zugriff auf Weltquests. Helft den Fraktionen. Sammelt Ruf bei den großen Fraktionen der Dracheninseln und bereitet euch auf den bevorstehenden Konflikt vor. Sehr schön. Ruhm der Dracheninseln. Äh... Sprecht mit Kosaru in Valtracken. Das Geschenk, das ihr erhalten habt. Wo ist der? Wo ist das der da unten? Hier drüben ist auch noch einer. Bei Calegos. Hüter des Osariums. Trefft Senegos im verhüllten Osuarium. Okay. Bei Alexstrasza gibt es noch eine Kampagnenquest. Auf nach Tyrold. Trefft Alexstrasza beim Sitz der Aspekte. Ihre verbleibenden Essenzen zur Ruhe zu betten. Ich bin bereit. Da alle Schwursteine der Schwärme erneuert sind. Glaube ich, dass wir ihre Essenzen in den Mutterschwurstein kanalisieren. und unsere Aspektkräfte wiederherstellen können. Dieses heilige Artefakt und Symbol für die Einheit der Drachen liegt in Tyrold. Koronos, was könnt ihr uns darüber erzählen? Wir waren zuletzt vor vielen Jahrhunderten in den Hallen von Tyrs Festung. Mit den Inseln erwarten auch die Wächter von Tyrold. Einige haben ihre Arbeit wieder aufgenommen. Andere verhalten sich... ...ziellos. Solltet ihr dorthin gehen, weiß ich nicht, was euch erwartet. Ich verstehe. Doch ich bin sicher. Mit der Hilfe unseres Champions können wir jede Gefahr überwinden. Okay. Und Alex Fraser ist jetzt weg. Gut. Und er... Wo ist er denn? Da ist Nutz Dormu, Kalegos, Grummi. Wo ist denn der andere? Der jetzt die ganze Zeit hier stand. Hm. Ich weiß es nicht. Egal. So, ähm... Das kann Neutrasen verwendet werden. Ähm... Das wäre dann jetzt so gesehen auch erstmal meine letzte Folge, die ich heute aufnehme. Ähm... Morgen ist Pfingstsonntag. Da sind wir auf Konfirmation. Wem werdet ihr diese Woche helfen? Und das... Der drei Hälfte in Tuska Bayern Festmahl... Ah... Das muss gemacht werden. Äh... Wir haben ja schon bei dem Festmahl geholfen und wir haben schon die Jagd gemacht. Und hier soll man das jetzt, äh, dann machen oder was? Alles klar, dann weiß ich da ja Bescheid. Ruhm der Dracheninsel, Quest beenden. Freie Orientierung, schließt die Orientierungsquest in jedem größeren Fraktionshauptquartier ab. Drachenschuppen Basislager, Marokai, Iskara und Waldracken. Freie Orientierung... Äh... Beenden. Genialität erlernen. Hallo? Trefft 30 Flickfinger. Ja... Das... Wenn man schnell ausspricht, kann man sich da auch schnell... Äh... In Teufelsküche reiten. Ähm... Trefft 30 Flickfinger innerhalb von Waldracken. Belohnung für Questreihe abgefüllte Essenz. Moment... Ähm... Was habe ich gerade eben angenommen? Genialität erlernen. Da hinten... Moment... Dafür muss ich jetzt erstmal kurz aufmountain. Und einmal kurz hier hin. Quest können wir hier abgeben. Starthilfe kommt sofort. Helf kreizig das mysteriöse Gerät mit Energie zu versorgen. Ich bin froh, dass ich euch helfen konnte. Äh... Äh... Ja, komm. Äh... Ich hänge noch eine Folge hinten dran. Eigentlich wollte ich jetzt aufhören. Und... Ähm... Ähm... Ja... Ja... Nein... Nein... Ich wollte jetzt wirklich aufhören. Äh... Ich muss das Ganze noch bearbeiten. Weil, wie gesagt, morgen ist Pfingstsonntag. Da sind wir auf Konfirmation eingeladen. Ähm... Ähm... Am Montag... Äh... Ist dann Pfingstmontag. Also übermorgen ist dann Pfingstmontag. Und... Äh... Da sind meine Frau und ich tagsüber erstmal zum Brunch eingeladen. Keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Und... Ja... Dann später... Äh... Wollen... Wir noch in einen Raid gehen. Unser allerletzter ICC Raid, den wir machen. Und... Um 0 Uhr fängt dann schon Kataklysm an. Und ich werde wahrscheinlich die nächsten zwei Wochen kein Retail aufnehmen. Weil ich mich dann erstmal um Kataklysm kümmere. Ja... Ja... Und dann müssen wir gucken, welche... Welche Kampagnen-Quests, äh... Wir als erstes angehen werden. Äh...